Hier ganz in der Nähe, Richtung Röschens, ist eine Flue. Wenn Sie mal dort sind, müssen Sie vor die Flue stehen und reinrufen «SF bei den Leuten ist das Beste auf der Welt!» Dann kommt es doppelt oder dreifach zurück. Dem sagt man das Echo der Flue. Genau so heisst auch der Jodelclub von Laufen. Und das Lied, das sie uns singen, «Die Leute im Dorf». Immer wieder neu, dass die Leute vor meinem Haus Gänges Lachen für mich heim. Sie schaut schön, so neimerts Gabe, Wo nur jeder, jeder kennt. Wo kein Lübe wie bestramm wird, Die von meines Nachbars trennt. Ja, urua, 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 urua. So gut jor um jor verbieg, sei mein Schop und mein Verbot. Halt die Frunde, os ich sieg, sieg als Putsli nummer um. Drum erzorg und halt die Sache, kann mein Dorfe nicht verbieg. Nach dem Schritt durch Frieden machen, ein Stück kein Zeit mehr ziehen. Ja, ulua, 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 ulua. Lassen Sie mich hier hoch, zu den Frauen. Grüezi miteinander. Was ist das für eine Tracht? Das ist Gotthelf-Tracht. Das heisst, das ist ja eine Berner Tracht, oder? Ja, das ist schon richtig, ja. Ja, sind das noch übrig, aus der Zeit, in der Laufen Bern war? Nein, nein, ich bin von Bern und bleib ein Berner. Das ist recht so. Oder Remitauer ist noch besser. Wie viele Männer sind ihr? Also sie nicht, aber wie viele sonst? Im Gesamten sind wir 21. Das wären 19 Männer und 18 Männer. Wie gesagt, das aussieht, wenn ich auf der Chorreise wäre, mit wem so. Das möchtest du jetzt gerne wissen, gell? Ist der Mann dabei? Ja, der kommt immer mit, klar. Aha, so. Ja. Singt zwar nicht mit, aber er kommt immer mit. Nein, er kommt schon mit. Ja, ja. Ich danke euch ganz herzlich. Wunderschön gesungen. Danke bestens. Echo von der Fluhe. Dankeschön. Applaus